Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, Salam Aleikum. Mein Name ist Michael Pröbsting, ich bin Sprecher der Jakob Befreiung. Es gibt Menschen, die schlafen gerne und die träumen. Aber unsere Aufgabe ist es nicht zu schlafen und zu träumen, sondern die Wahrheit auszusprechen und die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit ist, dass die syrische Revolution heute in großer, in allergrößter Gefahr schwebt. Fast 400.000 Menschen in Guta sind eingeschlossen. Sie werden tagtäglich bombardiert, vernichtet, sie hungern. In Idlib, Assad, mit Hilfe der russischen Bomben, marschiert voran und marschiert voran. Die Revolution ist in allergrößter Gefahr. Diese sogenannten Verhandlungen, ob sie in Astana, in Sochi, in Genf oder in Wien stattfinden, diese Verhandlungen bringen keine Lösung. Denn sie bedeuten, dass die Großmächte und Iran und Türkei und andere Staaten, sie alle, sie setzen sich zusammen, um eine sogenannte Lösung gegen das syrische Volk zu erzwingen. Die Freiheit kommt nicht durch Putin. Die Freiheit kommt nicht durch Rouhani oder Kamini. Die Freiheit kommt nicht durch Trump. Sie kommt schon gar nicht durch Assad. Die Revolution darf nicht vernichtet werden. Der Widerstand muss weitergehen. Die Staaten, die Großmächte, sie boykottieren die syrischen Freiheitskämpfer, sodass sie keine Waffen bekommen. Zu einem Zeitpunkt, wo Assad mit den allermodernsten Waffen versorgt wird. Assad kann mit seinen Flugzeugen fliegen und das syrische Volk bombardieren und ermorden. Und die Freiheitskämpfer haben keine Möglichkeit, um diese Mörderflugzeuge abzuschießen. Ich sage auch, es ist ein Verbrechen, jetzt von den syrischen Freiheitskämpfern zu verlangen, dass sie aus Idlib weggehen, um woanders zu kämpfen. Nein, der Platz der syrischen Freiheitskämpfer heute ist in Idlib, in Dara, in Guta. Dort wird die syrische Revolution verteidigt und nirgendwo anders. Wichtig ist, heute auch zu erkennen, das syrische Volk ist nicht alleine. In vielen Ländern stehen die Menschen auf, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Im Iran, vor wenigen Wochen, sind zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Und sie haben den Sturz von Rouhani und Kamene gefordert. Und sie haben kritisiert, dass das iranische Regime seine Soldaten nach Syrien schickt. Und das ist richtig. Es gibt viele Menschen im Iran, die die Politik der Diktatur von Rouhani und Kamene ablehnen. Es gibt viele Menschen in Tunesien, die jetzt auf die Straße gehen und für die Freiheit eintreten. Und in anderen Ländern gibt es auch einen großen Widerstand, insbesondere in Palästina. Gemeinsam den Widerstand vereinigen von Syrien nach Palästina, nach Iran, nach Tunesien, nach Sudan, nach Ägypten. Gemeinsamer Widerstand gegen die Großmächte, gegen Assad, gegen Rouhani, gegen Kamenei, gegen Trump. Gegen alle Unterdrücker des syrischen Volkes und aller Völker. Araber, Kurden, Turkmenen, aller Völker im Nahen Osten. In diesem Sinne, lang lebe der Freiheitskampf des syrischen Volkes. Hoch die internationale Solidarität. Freiheit für Syrien! Freiheit für Syrien! Nieder, nieder mit Assad! Nieder, nieder mit Assad! Danke, Schukran!